Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T. aus Karlsruhe. Heute wieder zum Thema, die Macht unseres Gehirns. Denn ich habe ganz oft Menschen, die kommen zu mir und sagen mir, Andreas, mir wurde gesagt, dass ich ganz schlechte Gene habe. Mir wurde gesagt, ich habe ultra schlechte Gene, ich werde nie Muskeln aufbauen, ich werde immer dick bleiben, mein ganzes Leben lang, weil ich schlechte Gene habe. Ich habe einfach nicht diese genetische Voraussetzung, schlank zu sein. Ich habe einfach nicht die genetische Voraussetzung, Muskelmasse aufzubauen. Und weil ich diese nicht genetische Voraussetzung habe, ergebe ich mich meinem Schicksal. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Kunden im Online-Coaching gehabt, super dünn, 1,88 Meter groß. 54, 52, 54 Kilo schwer. Extrem dünn, also wirklich so dünn, dass es nicht mehr schön ist. Also das sieht nicht gut aus, das ist auch nicht gesund. Denn auf die Körpergröße so wenig Gewicht ist für die Gelenkstabilität, für tagtägliche Bewegungen, für Sachen, Tragen, Heben und so weiter und so fort nicht lustig. Und ja, auch er war davon überzeugt, dass die Genetik, was ihm ja immer eingeredet wurde, auch von Medizinern, also bei dir besteht eben einfach keine Hoffnung, du wirst es nicht schaffen. Und wenn du mit dieser Überzeugung durchs Leben gehst, wenn das dann dein Glaubenssatz ist, wird wohl nichts anderes passieren, als wie das, was in deinem Kopf verankert ist, dieser Glaubenssatz, der in Stein gemeißelt ist, du kannst es nicht, du wirst eben einfach immer so ein dünner Kerl bleiben. Komme ich gleich auf den zu sprechen. Und der ist jetzt schon zehn Wochen in meiner Beratung, zehn oder zwölf Wochen. Und dann hatte ich noch einen mit dem Thema extremes Volumen, sehr, sehr kräftig, kräftig würde ich nicht sagen, eher dick, sehr, sehr dick. Und da war es auch so, auch er ist davon überzeugt, er, sonst niemand, aber er ist davon überzeugt, dass er durchbedingt durch seine Familie, weil in seiner Familie sind sie alle kräftig, nein, stimmt nicht, das ist zu schön ausgedrückt, zu lieb ausgedrückt, sind alle extrem übergewichtig. Und ja, auch ein Teil davon ist bei denen Menschen genetisch veranlagt, das sind sogenannte Energiesparmodelle. Und die haben alle ein maximales Übergewicht. Und auch er war davon überzeugt, dass er ja schon alles ausprobiert hat, alles, was es gibt und deswegen funktioniert es nicht und er wird immer dick bleiben. Diesen Glaubenssatz hatte er in seinem Geiste verankert. Dieser Glaubenssatz war in Stein gemeißelt. Ist es heute nicht mehr. Aus einem ganz einfachen Grund, in diesen beiden Fällen habe ich natürlich ausgenutzt, dass ich im REKVT, Rationale, Emotive, Körper, Verhaltenstherapie, als Coach ausgebildet werde, immer noch in der Ausbildung bin, noch nicht abgeschlossen habe, Mentaltrainer, Motivationstrainer, das geht da rein. Weil solchen Menschen einen Trainingsplan zu geben, einen Ernährungsplan zu geben, wird nicht funktionieren, solange dieser Glaubenssatz in ihrem Geiste, in ihrer geistigen Welt so verankert bleibt. So, bei demjenigen, der zu viel Gewicht hatte, genauso wie bei demjenigen, der viel zu untergewichtig war, war erstmal wichtig, diesen Glaubenssatz zu eliminieren und zu überzeugen, dass der Glaubenssatz weiterhin kein Glaubenssatz bleiben muss. Denn, das ist das, auf was ich raus möchte. Klar, wir haben eine genetische Voraussetzung, eine Grunddisposition, eine Grundlage. So, und diese Grundlage sagt, ja, ich nehme sehr schnell an Fettmasse zu, ich muss aufpassen, ich muss immer gucken, dass ich mich genügend bewege, ausreichend bewege. Und beim anderen ist es so, dass der Körper eben einfach Muskelmasse schlecht anlegt, der hat sehr viele langsam zogene Muskelfasern, sehr viele Aussauermuskelfasern, hat natürlich einen Energieverbrauch, der weit über der Norm liegt, auf dem Datenblatt überhaupt nicht berechenbar. So, und das sind diese Voraussetzungen, die habe ich. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges, hört mal genau zuhören. Natürlich ist das unsere Voraussetzung, aber wir haben ein Gehirn. Wir haben ein Gehirn und dieses Gehirn sorgt dafür, wo wir in unserem Leben landen werden. Werden wir dick bleiben? Werden wir immer dünn bleiben? Sind wir glücklich, sind wir nicht glücklich? Sind wir erfolgreich, sind wir nicht erfolgreich? Dafür entscheiden uns, das entscheide nicht die Gene. Das entscheidet unser Gehirn. Denn in unserem Gehirn ist die Basis für alles, für den Erfolg, für glücklich sein, für unglücklich sein. Erfolgreich sein, nicht erfolgreich sein. Hinten dran steckt nichts anderes wie unser Gehirn. Unser Körper zum Beispiel, wenn es darum geht, Kraft zu entwickeln. Die Muskelfasern sind nur Befehlsempfänger. Die bekommen Signale und verarbeiten dieses Signale. Woher kommt das Signal? Von unserem Gehirn. Wie stark wir die Muskelfasern anspannen, die was wir haben, dafür ist unser Gehirn zuständig. Und nicht unsere Genetik. Wenn wir was erreichen möchten, egal ob es im Sportbereich ist, im Ernährungsbereich ist, ob es im Businessbereich ist. Nicht die Gene sind dafür verantwortlich, sondern der Wille ist dafür verantwortlich. Unser Gehirn, denn der Wille wird im Gehirn produziert. Das heißt, diese Masse da oben, von 1240 bis 1370 Gramm, ist dafür zuständig, was letztendlich geschieht, was passiert. Und deswegen für alle da draußen, die der Überzeugung sind, dass ihre Gene schlecht sind, es gibt nichts auf dieser Welt, aber auch gar nichts auf dieser Welt, was unser Gehirn blockieren kann. Denn für das Gehirn sind wir zuständig. Und was entsteht, sagt unser Gehirn. Wie viel Kraft wir entwickeln, sagt unser Gehirn, nicht unsere Gene. Ob wir Gewicht reduzieren oder so bleiben, wie wir sind, bestimmt unser Gehirn und nicht unsere Gene. Deswegen, das Gehirn schlägt jedes Gen. Das Gehirn ist dafür da, den Willen zu produzieren. Unsere Glaubenssätze produziert unser Gehirn, das ist nicht unsere Gene. In unseren Genen stehen keine Glaubenssätze. Glaubenssätze werden nicht mitgeliefert in den Genen, sondern Glaubenssätze entstehen in uns. Und zwar in dem, was wir gehört haben, was wir erlebt haben, das, was wir gemacht haben, was wir benutzt haben, um ein Ziel zu erreichen, ergibt letztendlich unsere Glaubenssätze. Und Glaubenssätze kann man ändern, und zwar indem man mal den Glaubenssatz nimmt und überprüft, ob der Glaubenssatz überhaupt so richtig ist. Zum Beispiel bei demjenigen, der zu dick war, der hatte schon ganz oft versucht, Gewicht zu reduzieren. Aber er hat bis dato immer das falsche Werkzeug benutzt und konnte somit sein Gewicht nicht erreichen, weil er Diäten gemacht hat, weil er einseitige Diäten gemacht hat, die von vornherein zum Scheitern im Vorteil waren, weil er Dinge genutzt hat, die dauerhaft nicht umsetzbar sind. Also hat er sechs, acht Wochen, zehn Wochen was gemacht, hat dabei auch ein bisschen abgenommen und danach wieder zugenommen, manchmal sogar noch ein Kilo mehr wieder vor. Aber das liegt doch nicht an seinem Körper. Das liegt doch nicht letztendlich an seinen Genen, sondern an seiner falschen Verhaltensweise. Und für die falsche Verhaltensweise, wer war da schuld? Beziehungsweise nicht schuld, wer ist für die falsche Verhaltensweise verantwortlich? Unser Gehirn. Und warum ist unser Gehirn verantwortlich dafür? Weil wir die falschen Informationen haben, die falschen Überzeugungen. Und somit brauche ich doch letztendlich nur die richtige Überzeugung, das richtige Werkzeug für mich, für meinen Körper, für meinen Vorhaben. Dann werde ich auch in meinem Bereich Erfolg haben. Natürlich, wenn jemand von Natur aus ein breites Becken hat, von Natur aus einen dicken Hintern hat, der wird nicht diesen kleinen Knabenpo haben, aber er muss keine 125 Kilo wiegen. Muss er nicht. Denn verantwortlich für das Werkzeug, welches Werkzeug ich nutze, ist das Gehirn. Ich habe eine Werkzeugküste. Wer sucht das Werkzeug aus, das richtige Werkzeug für mein Vorhaben? Die Gene. Sicherlich nicht die Gene. Sondern mein Gehirn. Meine Entscheidung. Natürlich kann es sein, dass Menschen verseucht sind mit falschen Glaubenssätzen, weil sie im falschen Umfeld aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz kann ich aber falsche Glaubenssätze, rausnehmen, überprüfen, auf Rationalität oder sind es irrational, ist ein irrationaler Kerngedanken und kann ihn ersetzen durch einen rationalen Kerngedanken. Und dazu muss ich entweder den Weg zum Spezialisten gehen oder kann auch selber daran arbeiten. Indem ich mir erstmal bewusst mache, ja was hast du denn getan für deine Gewichtsreduktion? Okay, ich habe Diäten gemacht. Okay, ich habe vier Wochen Hauruck-Diäten gemacht. Ich wollte in vier Wochen das abnehmen, was ich für ein Dreivierteljahr zugenommen habe. Kann ja gar nicht funktionieren, wenn ich rational denke. Also gehe ich rational vor und stelle die Ernährung um dauerhaft. Werde dauerhaft regelmäßig in der Woche dreimal eine Stunde Sport machen. Und zwar nicht nur für vier, sechs Wochen, sondern eben dauerhaft. Und rechnen wir mal aus, wie viel Gewicht kann ich denn eigentlich in welcher Zeit verlieren? Und stelle fest, diese acht Wochen und 15 Kilo war Quatsch. Denn acht Wochen und 15 Kilo sind 15.000 Gramm. 15.000 mal 7 Kalorien sind 70, sind 105.000 Kalorien. Pro Tag kann ich nur so und so viele Kalorien verbrennen. Also war das Unsinn, dieses Ziel so zu setzen. Das Ziel war unrealistisch. Das Werkzeug war nicht das Richtige. Und das hat mich dazu bewegt, zu versagen, es nicht zu erreichen. Nicht meine Gene sind schuld, sondern mein Kopf ist schuld. Mein Geist ist schuld. Meine Glaubenssätze, meine Werkzeugdefinierung war daran schuld. Und das ist dann das Gehirn und nicht die Gene. Das Gleiche gilt für den jungen Mann, der extrem dünn ist. Er hat gesagt, wir kommen von den Ärzten. Er hat gesagt, wir kommen von seinen Eltern. Du bist halt so dünn, find dich halt damit ab. Es ist halt so. Das wird auch immer so bleiben. Ja, und dieser Gedanken, dieser Glaubenssatz war fremd angestoßen, von ihm übernommen. Und er war überzeugt, das wird in diesem Leben nichts mehr werden. Ich habe ihn davon überzeugt, dass das Unfug ist, dass es ein unsinniger Glaubenssatz ist. Denn auch er hatte bis dato nie das richtige Werkzeug benutzt. Seine Ernährung war nicht angepasst an sein Vorhaben. Sein Training war nicht angepasst an sein Vorhaben. Er hat einen völlig falschen Trainingsplan gehabt. Er hat eine Ernährungsweise gehabt, die nicht zu ihm gepasst hat. Denn er hat zuckerlastig gegessen. Ja, er war dünner Zuckerlastig. Das hilft nichts. Er brauchte eine qualitativ hochwertige Ernährung. Er hat jetzt nach 10 Wochen, hat er 4 Kilo drauf. Das war davor undenkbar. 4 Kilo, er ist jetzt bei 58 Kilo. Jetzt langsamer sich und er wird in den nächsten 10 bis 12 Wochen auch nochmal 4 Kilo zunehmen. Weil er jetzt mit der richtigen Taktik vorgeht, das richtige Werkzeug gewählt hat und seinen Glaubenssatz hat er eliminiert. Der ist weg. Er hat ihn ersetzt durch einen neuen Glaubenssatz. Dem Glaubenssatz, ja, ich werde zunehmen, weil ich jetzt das richtige Werkzeug benutze. Die erste Bestätigung hat er jetzt schon bekommen, dass er zunehmen kann. Und jetzt ist es für ihn natürlich auch viel einfacher. Denn der Glaubenssatz hat ihn blockiert. Und ein Glaubenssatz, wo ist denn der Glaubenssatz? Ist er in den Genen oder ist er in unserem Gehirn? Ist es ein Gedanken? Es ist ein Gedanken. Es ist schlichtweg einfach nur ein Gedanken, der ihn überzeugt hat, dass das, was er tut, eh nicht funktionieren wird. Also warum soll er überhaupt ins Tun kommen? Wenn er von vornherein schon weiß, dass es nicht funktioniert, hat er ihn behindert beim Tun. Das gleiche war bei dem Kräftigen, beim Dicken, beim Übergewichtigen. Warum hat er es immer vor sich her geschoben? Weil er schon etliche Male versagt hat. Versagt, für sich versagt. Das war kein Versagen. Natürlich war es ein Versagen, weil er das falsche Werkzeug gewählt hat. Aber für ihn war es ja, meine Gene sind schuld. Meine Gene sind schuld. Ich war schon immer dick. Ich werde immer dick bleiben. Meine Eltern sind auch alle dick. Ja, wenn ich aber eben jemand bin, der diese Genetik hat, dann sollte ich halt für mich das richtige Werkzeug raussuchen. Dann kann ich halt nicht eben jeden Tag eine Pizza essen. Da kann ich nicht jeden Tag zwei Flaschen Bier trinken. Da kann ich nicht am Wochenende mir den Alkohol reinballern und kann Süßigkeiten essen ohne Ende und Kuchen essen ohne Ende und Fastfood essen ohne Ende. Dann habe ich damit ein Problem. Also habe ich das falsche Werkzeug benutzt. Also im richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung, was er jetzt hat, hat er jetzt Erfolg. Er nimmt ab. Er hat jetzt schon einen Gewichtsverlust in so einer kurzen Zeit, den er vorher nie gehabt hat. Weil er jedes Mal das falsche Werkzeug benutzt hat. Deswegen, Gene, Freunde, Gene sind es schön, dass es gibt. Man sollte sich nicht auf den Gen ausruhen. Weder im positiven Sinn. Es gibt Menschen, die haben hervorragende Gene in Form von Lernen, in Form von Begabung zu Sport, in Form von Begabung zur Musik. Da habe ich die Erfahrung gemacht, wer sich auf seinen positiven Gen ausruht, der verliert eins. Und zwar auch die Macht seines Gehirns. Denn die Macht des Gehirns sorgt dafür, wie viel Willen wir generieren. Wie viel Durchsetzungskraft wir generieren. Ruhig mich auf meinen Genen aus, auf meinen guten Genen. Dann verlerne ich, bis ich lerne erst gar nicht zu kämpfen. Andersrum, es gibt Menschen, die haben ultrabescheidene Gene. Wirklich, wo du sagst, ey, lass den Sport sein. Ja, wo wirklich schwierig ist. Menschen, die haben einfach genetisch gesehen die Arschkarte tatsächlich gezogen. Aber die beweisen jedem, dass auf die Gene geschissen ist. Denn wenn der Wille stark genug ist, wenn der Wille stark genug ist, der Fokus aufs Wesentliche gelegt wird, wenn die maximale Konzentration des Vorhabens reingelegt wird, und siehe da, Menschen, die genetisch null Voraussetzungen haben, erreichen Dinge, die für andere völlig unvorstellbar sind. Warum? Weil sie ihr wichtigstes Potenzial nutzen. Und das wichtigste Potenzial sitzt zwischen unseren Ohren. Und das ist das Gehirn. Denn das Gehirn ist immer stärker wie jedes Gehen. Denn für den Willen ist das Gehirn zuständig. Für die Fokussierung ist das Gehirn zuständig. Und wenn wir das ausnutzen, dann müssen wir uns nicht erstens auf unser Gehirn ausruhen und zweitens die Ausrede suchen, dass unsere Gehirn dafür verantwortlich sind. Das ist nämlich definitiv 100% bewiesen, dass es nicht so ist. Deswegen, wenn du da draußen jetzt an dir zweifelst, wenn du da draußen sagst, ich werde nie so richtig sportlich sein, ich werde immer ein Defizit haben, ich werde immer dick sein, ich werde dick bleiben, ich muss mich mit diesem Zustand abfinden. Wenn du da draußen sagst, ich bin ultradünn, es gefällt mir nicht, ich habe keinen Spaß daran, ich möchte mich im Spiegel nicht sehen, ich habe keinen Spaß daran, ins Schwimmbad zu gehen. Wenn du extrem übergewichtig bist und sagst, ich möchte damit nicht leben, aber ich kann es ja eh nicht ändern, dann ändere jetzt deinen Glaubenssatz. Überprüfe überhaupt erstmal deine Glaubenssätze, ob die richtig sind. Überprüfe deine Glaubenssätze, ob die mit der Realität vereinbar sind oder ob du nichts anderes gemacht hast, wie eine Ausrede gesucht. Und du nichts anderes gemacht hast, wie ein falsches Werkzeug benutzt. Denn dann hast du die Chance, das zu ändern. Dann musst du dich damit nicht abfinden. Wenn du glücklich bist, wenn du zufrieden bist, wenn du sagst, alles gut für mich, ich habe damit überhaupt kein Problem, so wie es ist, ist es, ich finde mich damit ab, alles easy, habe ich dich nicht angesprochen. Lebe bitte so weiter, denn das ist das Schönste, was dir passieren kann. Wenn du aber sagst, nein, nein, ich will es so nicht haben, egal wie, es kann noch so tausend schöne Argumente haben, warum es so ist, dass ich mich so zufrieden geben sollte, wenn du damit nicht einverstanden bist, wenn deine Vision eine ganz andere Vision ist, dann ändere deine Glaubenssätze. Nutze dein System. Und das System ist unser Gehirn. Das Gehirn ist immer mächtiger wie alle Gene. Immer. Und jetzt natürlich was Wichtiges. Davon rede ich ja immer wieder. Damit unser Gehirn gut funktioniert, damit dieses Instrument hervorragend gestimmt ist, damit dieses System, Gehirn, maximale Energie aufbringen kann, brauchen wir natürlich auch ein gut trainiertes Hirn. Ein entspanntes Hirn. Gehirn trainieren. Geht tatsächlich. Man kann Fokus trainieren. Man kann trainieren, dass das Gehirn entspannt ist. Man kann dem Gehirn Auszeiten geben, indem es sich entspannen kann. Dem Gehirn zeigt geben, sich zu regenerieren. Denn wir haben ständig Gedanken im Kopf. Und zwar zwischen 50.000 und 70.000. Und davon sind 8.000 bis 10.000 Gedanken wertvoll. Die restlichen Gedanken sind halt Gedanken, weil unser Gehirn eben einfach solche Sachen produzieren kann. Und weil es es kann, mach es. Aber ist es gesund? Ist es wertvoll? Ob es wirklich wertvoll ist, 70.000 wichtige Gedanken zu produzieren, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich die Natur auch dabei was gedacht, dass wir nicht so viele wertvolle Gedanken haben. Aber ständiges Grübeln, ständiges Hinterfragen ist nicht förderlich für die Leistung. Und deswegen gönnt euch einmal am Tag zwei, drei Mal eine Auszeit von 5 bis 10 Minuten. Meditieren, die Gedanken sortieren, auf den Punkt kommen, den Kopf frei halten von Gedanken, sorgt für maximale Leistungsfähigkeit im Kopf. maximalen Power in der Birne. Und was will man mehr wie maximale Power in der Birne? Deswegen auch hier wieder das Thema Achtsamkeiten fürs Gehirn. Guter Schlafnachtsinn. Nur wer ausgeschlafen ist, hat eine maximale Brainpower. Das gleiche gilt natürlich, von was lebt denn eigentlich unser Gehirn? Wenn ihr das Gehirn mal genau anguckt, vom Gewebe, das verbraucht pro Quadratzentrum die meisten Makro- und Mikronährstoffe. Da oben, das Ding, das ballert ordentlich durch, verbraucht viel mehr wie der Rest des Körpers. Auch Mikronährstoffe, Vitamin B, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren. Richtig, genau deswegen ist aber für unser Brain natürlich wichtig, dass es genügend Energie bekommt, und zwar stabilen Energiespiegel. Einen gesunden Energiespiegel, gesunde Mikronährstoffe. Und das den ganzen Tag. Und auch hier wieder klar, wenn die Ernährung nicht funktioniert, wir sollen auch unser Gehirn funktionieren. Wie sollen wir rationale Entscheidungen treffen, wenn wir eine unterversorgende Fehlversorgung für unser Gehirn praktizieren? Funktioniert nicht. Ihr seht, der Kreislauf ist immer irgendwie geschlossen. Es sind immer so vier Fundamente, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit, Schlaf. Zählt dazu bei, dass es uns gut geht. Und letztendlich, dass es uns gut geht, dass wir die richtigen Gedanken produzieren, dass wir die richtigen Ziele verfolgen, dass wir fokussiert sind, dass wir glücklich sind, dass wir engagiert sind, dass wir Power haben. Dafür ist unser Gehirn zuständig. Und auch dafür ist wieder die Achtsamkeit, der Schlaf, die Bewegung, Sauerstoff im Gehirn. Der Kreislauf schließt sich immer wieder. Was ich euch heute mit dem Video sagen wollte, ist, ruht euch nicht auf eurem Gen aus, nehmt die Gene nicht als Aussage, nicht als Aussage, sondern als, hä, Namen vor, ihr seht ihr, mein Gehirn funktioniert gerade nicht besonders gut. Ich bin schon in der Mittagspause. Ich habe jetzt gerade echt den völligen Faden verloren. Kompletten Faden verloren. Was sagt euch das? Das sagt euch, dass ich jetzt direkt nach diesem Video meditieren werde, meinem Gehirn Auszeit gönnen werde, im 10 Minuten Unitask arbeiten lassen werde. Wenn euch einfällt, was ich jetzt gerade sagen wollte, dann dürft ihr es gerne unten in die Bemerkung reinschreiben. Ich glaube, der Video ist auch so weit, bestückt mit ganz viel Infos. Ich habe alles gesagt, was man sagen solle zu diesem Thema. Bitte nochmal, ruht euch nicht auf einen guten Gen auf und findet keine Ausrede. Findet keine Ausrede in Form, meine Gene sind schlecht, um nicht ins Tun zu kommen. Findet keine Ausrede. Geht ran und wenn ihr jetzt zugehört habt und ihr habt da drin einen Punkt entdeckt, auch nur einen, das waren mehrere Punkte, aber nur einen Punkt entdeckt und sagt, dieser Punkt war so interessant, da werde ich daran arbeiten. Das ist ein Defizit, was ich habe, da muss ich unbedingt daran arbeiten. Dann gibt es wieder einen wertvollen Tipp. Das ist die 72-Stunden-Regel und die 72-Stunden-Regel besagt, dass du jetzt ins Tun kommen sollst, in den nächsten 72 Stunden. Die ersten Schritte dafür einleiten, das, was du gehörst hast, anfangen umzusetzen. Die ersten Schritte gehen, die ersten Vermerke zu machen, wie gehe ich am besten vor, was sind meine Glaubenssätze, welche Werkzeuge hatte ich benutzt, daran zu arbeiten, den ersten Schritt gehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du es dauerhaft umsetzen wirst, denn wenn du die 72-Stunden-Regel nicht einhaltest, nach 72 Stunden geht die Wahrscheinlichkeit, dass du es tun wirst, runter auf unter 2%. Also fang jetzt an, dran zu arbeiten. Glaube jetzt an dir, knüpfe dir jetzt deine Glaubenssätze vor, überleg dir, welches Potenzial, welche Macht du da oben hast und diese Macht liegt vielleicht im Moment noch brach und du hast noch ganz viel Luft nach oben, weil du nicht achtsam bist, weil du nicht ausreichend schläfst, weil du dem Körper nicht ausreichend Energie zuführst, weil du dich unregelmäßig bewegst, weil du dich nicht artgerecht verhallst, weil du dich auf deinem Gen ausrufst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und wenn du sagst, du brauchst dabei Hilfe, du kannst da jemanden brauchen, der dich motiviert, einen Motivationstrainer, einen Mentaltrainer, jemanden, der dir mit dir gemeinsam deine Glaubenssätze überprüft, der dir zeigt, welchen Weg du noch vor dir hast, was du noch alles erreichen kannst, dann kenne ich da jemanden. Dann gehst du mal unten in die Bemerkungen rein und in den Bemerkungen findest du einen Link und dieser Link führt direkt zu mir, zu meiner Page und da kannst du dich bewerben für das erste unverbindliche Gespräch, wo ich dir sagen kann, welche Glaubenssätze man bei dir rausnehmen kann, durch neue Glaubenssätze ersetzen, wo ich dir belegen kann, dass vielleicht das ein oder andere Werkzeug, was du bis dato benutzt hast, nicht das richtige Werkzeug war für deine Zielvision und dann wirst du, wenn du das neue Werkzeug benutzt, sicherlich Erfolg haben, garantiert. Viel Spaß bei allem, was du tust, vor allem die nächsten 72 Stunden, denk dran, 72 Stunden Regel und wenn ihr sagt, der Video war gut, er gefällt euch, möchte ich gerne mehr hören, Daumen nach oben, Bemerkungen rein, ich freue mich, Dankeschön und ganz viel Spaß bei allem, was ihr da draußen tut.